Ein ETF-Anbieter setzt neue Standards und reduziert die Kosten. ARK übernimmt RISE und mein neues Community-Portfolio existiert nun seit drei Monaten. Im heutigen Depot-Update gibt es viel zu besprechen. Legen wir los! Gute Nachricht für alle Anleger, die einen S&P 500 ETF von Spyder im Depot haben oder in Zukunft planen, ein ETF-Portfolio mit einem S&P 500 als Baustein zu nutzen. Spyder hat vor kurzem, genauer gesagt, am 1. November die TER von drei großen S&P 500 ETFs reduziert und einen vierten tesaurierenden S&P 500 ETF am 31. Oktober aufgelegt. Bis dato gab es lediglich eine gehetschte tesaurierende Variante, nun auch eine ohne Absicherung. Ich persönlich habe nicht damit gerechnet, dass selbst die nachhaltige Version auf eine TER von 0,03 reduziert wurde. Diese Kosten sind wirklich unschlagbar. Wenn ich ein neues Portfolio aufbauen würde, das sich aus mehreren Regionen ETFs zusammensetzt, würde ich dennoch nicht die nachhaltige Version aus folgenden Gründen wählen. Wenn wir uns den ETF genauer anschauen, fallen uns drei Punkte auf. Erstens, hier steht noch die alte TER von 0,1%. Das können wir getrost ignorieren, da es ein Fehler von extra ETF ist. Hier zählt die TER 0,03. Zweitens, der ETF filtert extrem stark. Hier werden nur 208 Unternehmen abgebildet, obwohl im Namen die milde Variante ESG Screen steht. Davon darf man sich nicht täuschen lassen. Der Index, der abgebildet wird, ist nämlich gar kein ESG Screened Index, sondern ein ESG Leaders. Warum nachhaltige ETFs so verwirrend und kompliziert sein müssen, verstehe ich bis heute nicht und finde ich einfach extrem schade. Von 500 auf 200 zu filtern ist zwar hart, aber kein großes Problem, wenn man wirklich so viel aussortieren möchte. Das, was mich an dem ETF allerdings stört, ist der deutlich höhere Anteil der Top 10. Die normale thesaurierende Variante kommt auf 31%, die gefilterte, wie wir hier sehen, auf über 44%. Auch andere nachhaltige MSCL USA ETFs beispielsweise kommen trotz Filterung nur hier auf 33% oder bei dem noch strenger gefilterten MSCL USA SAI nur auf 31,6%. Das heißt, der von Spider hat einen deutlich höheren Anteil bei den Top 10. Aus diesem Grund würde ich für ein neues Portfolio den frisch aufgelegten, thesaurierenden S&P 500 wählen. Das Fondsvolumen wird sicher schnell zunehmen. Der nächstgünstigste physische S&P 500 ETF kommt übrigens aktuell auf eine TER von 0,07%. Hier haben wir eben die deutlich günstigere TER von 0,03%. Aber ganz ehrlich, 0,03% und 0,07% sind beide extrem günstig. Und wenn man sich mit einem neuen ETF mit einem geringen Fondsvolumen eben nicht wohlfühlt, dann würde ich eben den teureren, großen ETF von iShares nehmen. Eine weitere Neuigkeit hat mich vor etwa zwei Monaten ziemlich überrascht. Rise wird von ARK übernommen. Einige von euch haben mich bereits gefragt, was ich davon halte. Da ich auch in diesem Portfolio den Rise Environmental Impact 100 ETF habe und nach wie vor davon überzeugt bin, dass das einer der besten nachhaltigen Welt-ETFs ist, möchte ich euch kurz meine, naja, zwiegespaltene Meinung mitteilen. Das Positive vorweg. Rise schreibt, dass die Essenz der Marke Rise ETF und der Produkte beibehalten und die bestehenden Rise ETF Index Produkte weiterhin verfügbar sein werden. Das Ganze allerdings unter einem neuen Namen, was mir ziemlich egal ist. Weiter heißt es, dass das Engagement für nachhaltige Investitionen unverändert bleibt und auf einem gegenseitigen Verständnis basiert, dass die Zukunft nachhaltig sein muss. Soweit die Absätze, die hier stehen, auch ernst gemeint und in dieser Form beibehalten werden, sehe ich keinen Grund, einen Rise ETF zu verkaufen. Darüber hinaus muss ich zugeben, dass sich die Übernahme auch positiv auf die ETFs auswirken könnte. Betrachten wir das Fondsvolumen, sind leider die wenigsten ETFs von Rise profitabel. Durch die Übernahme hat ARK nun die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die ETFs nicht geschlossen werden müssen, sondern sogar bekannter werden. Gleichwohl besteht natürlich auch das Risiko, dass ARK sich dazu entschließt, einige dieser ETFs aus Kostengründen zu schließen. Die Zukunft wird zeigen, welche Option gewählt wird. Dass ich persönlich kein großer Fan von Cathie Wood bezüglich ihrer neuesten Theorien und Ansätze bin, beeinflusst jetzt nicht mein Investment in Rise ETFs. Kommen wir nun zum Depot-Update. Es sind nun etwa drei Monate seit dem Start meiner neuen Serie bei Scalable vergangen und zugegebenermaßen waren die letzten drei Monate nicht wirklich berauschend. Vor allem, weil ein weiterer Krieg begonnen wurde und ganz viel Mist in der Welt passiert ist. Nach drei Monaten ist die Performance wirklich nebensächlich und von reinem Glück bestimmt. Dennoch schauen wir uns die Position gleich an. Viel interessanter ist allerdings das, was wir danach besprechen. Also ein bisschen Geduld. Im Scalable-Alles-Parkett-Portfolio ist natürlich jede Position enthalten. Also auch die, die wir im letzten Video bei Finanzen.net Zero gekauft haben. Aktuell ist das Depot 10% im Plus. Das liegt vor allem an einer Aktie, die ja schon eine längere Zeit im Portfolio war. Weil er die neu jetzt hier eingeschaltet haben. Das Portfolio existiert eigentlich erst seit drei Monaten. Aber ich habe Scalable eben früher genutzt, um einmal Novo Nordis zu kaufen und eben den Rise ETF zu besparen. Ja, deswegen gab es zum Start der Serie schon mal drei oder vier Positionen. Die anderen sind neu und das Portfolio wird erst jetzt mit und mit weiter aufgebaut. Die Gewichtung verändert sich über die Zeit, weil immer mehr Geld in das Portfolio reinfließt. Aktuell auf dem letzten Platz ist Johnson & Johnson mit minus 10%. Das ist aber erstens kein Problem, weil Johnson & Johnson als Sparpler angelegt wurde. Und mit Blick auf die letzten Zahlen hat Johnson & Johnson sogar überzeugt. Also ich fand die letzten Zahlen von Johnson & Johnson ziemlich gut. Hier spielte natürlich auch die Abspaltung eine Rolle. Ein Minus von 10% ist trotzdem kein großes Problem. Der Nasdaq 100 Next Generation ist auch einer dieser Teile, die schon seit längerem im Portfolio sind. Und dieser ist aktuell mit 9% im Minus. Das ist übrigens der ETF, den ich aktuell noch bespare. Und dazu später mehr, weil dieser ETF wird später noch ausgetauscht. Beziehungsweise der Sparplan wird pausiert und andere ETFs werden stattdessen bespart. Den möchte ich aktuell einfach ein bisschen günstig nachkaufen, weil ich ihn damals schon vor langer Zeit gekauft habe. Danach folgen mit minus 4 und minus 5 und minus 3% einmal der Rise Environmental Impact 100 ETF. Der war zeitweise auch im Plus. Das ist eben auch ein ETF, den ich schon länger im Depot hatte. Hier sehen wir die Performance, wie der ETF schwankt. Wir waren schon mal fast 11% im Plus. Hier im Juni 2022 waren wir aber auch schon fast 13% im Minus. Dann ging es wieder nach oben, dann ging es wieder nach unten. Die letzte Phase war ziemlich gut. Und dann stürzten so ein paar, naja, nachhaltige Aktien ab. Ich sage nur, ja, Windkraft und so. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Für alle die, die in dieser Branche investiert sind, die wissen genau, was ich meine. Nach wie vor bin ich von diesem Produkt überzeugt und bin gespannt, wie sich der ETF in Zukunft entwickeln wird. PepsiCo ist auch im Sparplan, wird also nach und nach nachgekauft. HBM Healthcare haben wir im letzten Video gekauft. Das ist die Biotech-Wette von mir, beziehungsweise die Biotech-ETF-Alternative. Das leichte Minus ist, wie gesagt, erst seit ein paar Tagen im Depot. Ja, gar keine Aussagekraft. Allianz auch, war mal ein Plus, ist jetzt ein bisschen ein Minus. Macht keinen Unterschied. Procter & Gamble wird auch als Sparplan jeden Monat gekauft. Der Spider-ETF ist quasi plus minus null in den letzten drei Monaten. Etosho hat sich recht gut entwickelt, war mal im Plus, war mal im Minus. Wir können uns hier die Performance anschauen. Nach dem Kauf direkt abgerauscht, hätte ich günstiger nachkaufen können. Habe ich sogar in meinem privaten Depot nochmal gemacht. Dann waren wir leicht im Plus, dann ging es wieder ins Minus. Hier waren wir sogar mal über 8% im Minus. Und jetzt sind wir in den letzten Wochen wieder stärker gestiegen. Wie gesagt, nach drei Monaten gibt es überhaupt noch gar keine Aussagekraft. Der Nordic-ETF hat sich am besten entwickelt von den ETFs, die wir im Depot haben. Das liegt natürlich an der Größenposition im Nordic-ETF, nämlich Novo Nordisk. Die natürlich hier an der Spitze ragt mit 182%. Das ist extrem. Nasdaq ähnlich wie Itosho. Es geht mal bergauf und dann wieder bergab. Nach dem Kauf ging es ein kleines Stück nach unten und dann stark mit 6% nach oben. Das hat mich gefreut. Dann ging es ein bisschen nach unten. Hier kam die erste Dividendenausschüttung. Dann stieg die Aktie wieder stark. Dann fehlt sie wieder und jetzt sind wir wieder bei 6% angelangt. Also wir sehen hier, die Börse ist sehr volatil in den letzten Monaten zumindest gewesen. Und die Aktie hier auch. Und ja, geht mal nach oben und dann wieder nach unten. Was mich aber sehr gefreut hat, ist die Entwicklung von Amadeus Fire. Wir haben hier schon ein Plus von 12%. Das ist sehr gut. Ich mag die Aktie und bin gespannt, wie sie sich in Zukunft entwickeln wird. So, und das war es mit der Performance. Jetzt besprechen wir noch etwas Spannendes. Wie geht es denn mit diesem Portfolio weiter? Wir haben ja hier quasi einige Einzelaktien. Dann haben wir ein paar ETFs und ein paar Sparpläne. Aktuell bespare ich zwei ETFs. Also einmal den ACWI EMI als Core, als Basis mit 100 Euro pro Monat. Und dann eben noch den Nordic mit 50 Euro pro Monat. Und die eben erwähnten drei Dividendenaktien mit jeweils 50 Euro. Also nochmal zur Erinnerung, PepsiCo, Procter & Campbell und Johnson & Johnson. Darüber hinaus bespare ich ja noch einen ETF, um ihn aufzustocken. Und quasi als Übergangsphase, weil ich die 100 Euro, die aktuell in den Nasdaq Next Generation investiert werden, auf zwei weitere ETFs verteilen werden möchte. Diese stelle ich dann in den kommenden Videos vor. Damit werden wir dann noch zwei weitere Komponenten bzw. Branchen abdecken, die ich dann mit ETFs über Bande spielen möchte und nicht mit Einzelwerten abbilde. Wie sieht es denn mit den Schwellenländern aus? Wenn wir uns mein Portfolio anschauen und wenn wir das Analyse-Tool von Scalewell anschauen, das können wir direkt machen. Wenn wir schon so ein Tool haben, dann können wir es auch nutzen. Wie wir hier sehen, habe ich im Portfolio 98% Industrieländer und nur 2% Schwellenländer. Natürlich aktuell gewollt. Dieser Wert ist sogar ein bisschen größer, weil wir jetzt auch HBM Healthcare im Portfolio haben. Und dadurch haben wir natürlich auch so ein paar asiatische Biotech-Wetten durch HBM Healthcare im Portfolio. Also eigentlich wäre unser Schwellenanteil ein wenig höher, allerdings nach wie vor extrem klein. Das hat natürlich einen Grund. Ich habe in mehreren Videos schon erzählt, warum ich meinen Emerging Markets ETF verkauft habe und so weiter. Aber damit sind wir noch nicht am Ende. Die Schwellenländer sind ja ganz klar in meinem Portfolio unterrepräsentiert und in zukünftigen Folgen verrate ich, wie man dem entgegenwirken könnte. Hier werde ich nämlich spannende Alternativen vorstellen, die ganz anders als ein normaler Emerging Markets ETF performen, also die in den letzten Monaten und Jahren sogar eine gute Rendite erzeugt haben und eben nicht so schlecht wie der Emerging Markets liefen. Abgesehen davon werden eben in diesen Produkten nicht alle Schwellenländer abgebildet. Zum Beispiel fallen da einige Schwellenländer raus, die ich persönlich nicht aus moralischen, persönlichen Gründen nicht im Portfolio haben möchte. Das muss natürlich immer jeder für sich selbst entscheiden, aber es gibt meiner Meinung nach auf YouTube viel zu wenig Emerging Markets alternativen Videos. Und das wird in Zukunft auch kommen. Also kannst du dich schon mal darauf freuen. Damit beende ich das heutige Depot-Update. Ich hoffe, dass es dir gut geht und wir uns in einem zukünftigen Video wiedersehen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne in meinem Discord-Server beitreten. Den Link dazu findest du in der Beschreibung oder einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.